Der Fachkräftemangel nimmt mittlerweile extreme Formen an. Wo das so ist, in welchen Branchen und wie schlimm es ist, haben wir hier in aktuellen Zahlen und das werde ich euch zeigen. Auch gehen wir auf die Frage ein, wie es sich bei den HR-Profilen verhält. Gibt es den Rekrutermangel? Verschärft er sich? Das alles wollen wir uns angucken und noch viel, viel mehr. Hallo, mein Name ist Christoph Artanas und ich präsentiere euch HR-Total-Powered-by-stellenanzeigen.de So, Leute, wir haben wirklich was vor in dieser Ausgabe von HR-Total und ich kann nur sagen, wenn ihr noch nicht lange dabei seid und das erste Mal oder das zweite Mal erst auf diesen Kanal stoßt, auf diese Show, dann freue ich mich, dass ihr dabei seid und ihr seid gerade rechtzeitig gekommen, denn wir haben richtig wichtige und großartige Zahlen zum Thema Fachkräftemangel, warum sich der War for Talents wirklich massiv verschärft und in welchen Branchen das besonders stark ist. Deshalb, da guckt unbedingt rein, wir haben die Zahlen dabei. Dann habe ich einen News-Blog, der es heute wirklich qualitätsmäßig massiv in sich hat. Wir gucken uns ein wahnsinnig spannendes Trendthema an, habe da einen tollen Artikel dazu. Dazu habe ich noch etwas, was sich beschäftigt mit dem Thema, wie sich das Paradigma im Recruiting wandelt, warum wir vielleicht diese alte Gleichnis mit E-Commerce aufgeben müssen und warum Matching wichtiger wird. Super Artikel, also auch der News-Blog, den wir haben mit Neuigkeiten aus Blogs und der Szene, unbedingt reinschauen. Dann haben wir eine Gastkolumne, diesmal von Markus Reif, klasse, HR-Blogger, lange dabei, selbst Personaler. Der gibt uns ein paar Gedanken in seiner Gastkolumne mit. Außerdem haben wir wieder das Winterpaket oder immer noch, muss ich sagen. Ich zeige euch mal, wie waren die ersten Reaktionen. Ihr könnt es immer noch bekommen. Schreibt einfach einen Kommentar und macht dann genau das, was in der Rubrik kommt. Wenn ihr neugierig seid, einfach unten in der Beschreibung auf den Timestamp klicken, dann springt ihr direkt dorthin. Ja, und wir haben im Teil Wissen die große Freude, eine neue Candidate Experience Studie anzukündigen und noch einen tollen Tipp mitzugeben, wo ihr immer bestens versorgt werdet mit HR-Studien und das auf einem Überblickslevel, der es echt in sich hat. Also, es lohnt sich unbedingt, bis zum Ende durchzugucken. Und ja, ich hoffe, das tut ihr und habt Spaß dabei. Und wenn das so ist, gebt uns einen Daumen hoch, das hilft unserer Arbeit. Und falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert diesen Kanal. Unser Titelthema ist ja diesmal ein bisschen spektakulär gewählt. War for Talents, Fachkräftemangel, extrem. Aber warum sage ich das? Ich habe gute Zahlen dabei und kann das ein bisschen belegen, weil wir haben wirklich eine sehr angespannte Situation. Ihr erinnert euch vielleicht im letzten Herbst, also im, glaube ich, September 2021, hatten wir schon mal eine Folge zum Thema Rekrutermangel. Das hat euch sehr bewegt und genau da setzen wir wieder an. Die Zahlen sind tatsächlich extrem und zwar nicht nur im Bereich Personal. Wir gucken mal rein. Das hier ist jetzt jene Artikel von Hayes. Die berichten, dass die Nachfrage nach HR-Fachkräften auch im vierten Quartal 2021 stark angezogen hat, nochmal sich verstärkt hat. Und die haben auch Zahlen dazu. Die haben sie gleich mitgeliefert. Link übrigens zu der Quelle, wie immer, wie gewohnt, bei unseren News immer unter diesem Video. Und wir gucken mal, was sie da rausgefunden haben. Ich nehme mich mal raus hier, dann könnt ihr das Bild sauber sehen. Und da seht ihr, da ist die Entwicklung von Nachfrage nach verschiedenen Personalfunktionen anhand eines Indexwerts, der auf 100 ist für das Jahr 2015. Und dann sieht man richtig 2020, Corona-Crash quasi, nicht nur an den Börsen, sondern auch bei der Talentnachfrage, runtergesaust. Und dann schießen aber die Stellen nach oben. Und wir sehen, wenn man jetzt mal diese grüne Linie, HR insgesamt, hat etwa von dem Bereich Mitte 21 bis jetzt sich etwa verdoppelt. Und das Spannende ist natürlich, wir können sagen, ja, okay, wir prüfen das mal, weil wir haben ja mit stellenanzeigen.de hier einen Sponsor im Hintergrund, der eine hohe fünfstellige Zahl von Stellen Monat für Monat verwaltet, schaltet und so weiter, mit einem riesigen Media-Partner-Netzwerk. Das heißt, die Zahlen, die die haben, sind auch ziemlich spannend. Und da gucken wir mal, was da rausgekommen ist. Deshalb, wir steigen mal tiefer ein ins Thema und dann werdet ihr sehen, warum ich gesagt habe, das ist wirklich extrem geworden. Wir gucken mal auf die aktuellen Zahlen vom Jobmarkt von unseren Kollegen von stellenanzeigen.de und da haben wir einfach mal geguckt, Jahresvergleich, prozentual Anfang 21, Anfang 22. Wir gucken uns verschiedene Branchen an und fangen natürlich mal an mit Personal. So, Personalwesen im Jahresvergleich Anfang 21 zu Anfang 22, 117 Prozent mehr. Stellenschaltung. Also, das Wachstum ist schon ungefähr von dem, was Hayes auch gesagt hat, das kommt ungefähr hin. Das deckt sich. Aber wir sehen, das ist noch nicht mal so extrem wie bei anderen Bereichen. Wir haben wahrscheinlich den Rekrutermangel. Wir haben wahrscheinlich die massive Nachfrage nach Employer-Brand-Profilen, wie es auch Hayes berichtet hat. Aber guckt mal, was in anderen Bereichen passiert. Techniker, Ingenieursberufe, Logistik, Einkauf. Das sind schon Zahlen, die sind im Bereich 126 bis 144 Prozent. Aber richtig heftig wird es hier erst. Ausbildungsplätze um 200 Prozent hoch. Kann ein bisschen saisonal bedingt sein, aber Gastronomie 320 Prozent und Kraftfahrer fast 600 Prozent mehr Nachfrage. Das ist brutal. Und wir haben ja tatsächlich jetzt auf ein Jahr geschaut. Das sind heftige Werte. Wir können ja mal gucken, ist die Entwicklung kurzfristig. Wie ist es denn jetzt vom letzten Monat, vom letzten Monat des Jahres 21 zum Anfang dieses Jahres gelaufen und da haben wir auch Zahlen. Guckt mal her, auch da sind wir wieder unterwegs mit verschiedenen Berufen, ein bisschen feindliedriger noch. Vom Monat zu Monat Technologie und Ingenieure, 26 Prozent mehr nachgefragt. Gastronomie und Tourismusprofile, 24 Prozent mehr. Handwerk, 18 Prozent. Durchschnittsveränderung bei allen auch 18 Prozent. Bei IT 16 Prozent obendrauf. Und hier seht ihr schon, hier haben wir es quasi degressiv aufgebaut. Das heißt, hier geht es nach unten. Deshalb setzen wir es fort. Ich lese das jetzt nicht alles vor, aber da unten von Monat zu Monat ist das Thema Personal. Natürlich, die Nachfrage steigt, aber es ist verglichen, ist sozusagen die Dramatik auf dem HR-Markt gar nicht mal so groß, zumindest von Monat zu Monat jetzt und auch vorher gesehen auf Jahresbasis gar nicht so dramatisch wie vorher gesehen. Wir haben in Gesumme eine Veränderung über den Monat zu Monat von 17,5 Prozent. Also das ist schon heftig und dieser Fachkräftemangel, er wird extrem und wir können auch sagen, mittlerweile betreibt das Stilblüten nicht nur in Deutschland, auch in anderen Ländern. Ich zeige euch mal was hier. Das sind zwei Bilder, die ich im Netz gefunden habe dazu. Da heißt so, we are hiring anyone who shows up. Also wir nehmen alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, auf gut Deutsch. Oder bei Dunkin' Donuts kennen vielleicht einige Kette, die ja auch in Deutschland operiert. Holbert is short staffed. Also bitte seid freundlich zu denen, die noch da sind. Das sind sozusagen die Auswüchse dieser ganzen verrückten Situation. Ja, der Fachkräftemangel hat besondere Nuancen aktuell. Wir werden da dranbleiben an dem Thema und natürlich, wir gucken immer, was kann man tun, um dagegen zu arbeiten? Wie kann man das bewältigen? Und sicherlich eins davon ist das Thema, dass man die Trends genau kennt. Das haben wir im Video im Januar gemacht, sehr erfolgreich, haben viele von euch geschaut. Und da gab es auch einen Trend, der war interessant, der kann auch in der Zukunft nochmal eine große Rolle spielen, weil man vielleicht einen ganz neuen Marketing, einen ganz neuen Kontaktkanal aufbaut. Der wird jetzt auch in den News, die wir jetzt noch vertiefen, auch wieder eine Rolle spielen. Also bleibt unbedingt dran. Und falls ihr eigene Erfahrungen habt mit dem Talentmangel mit dem War for Talents, dann schreibt bitte gerne in die Kommentare. Ja, wir haben eine Reihe spannende News, wie immer in diesem Format und diesmal möchte ich einen Block ein bisschen rausheben, der hat sich eben schon angedeutet, nämlich es war ein Trend, unter anderem von den fünf Trends, die der Romindro Ulla in der Januar-Ausgabe hier von HR Total vorgestellt hatte, nämlich das Thema Metaverse, ja, Readiness, glaube ich, hat er es genannt. Das heißt, die HR sollte fit sein, sollte sich vorbereiten auf das Thema Metaverse. Warum ist das wichtig? Weil das möglicherweise ein großer neuer Kanal wird, auch für Arbeitgeber. Und was das ist und was man da tun kann und wo auch vielleicht die Grenzen und die Punkte liegen, die man vielleicht da lieber nicht mitgehen mag, das hat die Wollmichsau in einem ganz tollen Artikel zusammengestellt und den zeige ich euch jetzt mal. So, jetzt sind wir hier auf dem Beitrag von Wollmichsau und ihr seht, das ist ein sehr umfangreicher Artikel zum Thema Metaverse im Recruiting, realistisches Zukunftsszenario, Fragezeichen. Fangen wir mal an, was ist das Metaverse überhaupt und darauf geht dieser Artikel auch ein. Vielleicht ganz in der schnelle, Metaverse, eine digitale, virtuelle Umgebung, die sich unterscheidet von reinem 3D-Internet, in dem man nämlich dort auch Besitztümer haben kann, zum Beispiel Spiele spielen kann, Meetings machen kann, also durchaus eine sehr, sehr komplexe Thematik. Oft hat das auch mit Blockchain-Verbindungen. Vielleicht erinnern sich einige von euch, dass Facebook sich gerade umgenannt hat in Meta, um genau in diesem Thema auch führen zu werden. Lange Rede, kurzer Sinn, Wollmichsau in diesem Artikel geht genau darauf ein, was ist das, was kann man damit machen, wo unterscheidet es sich auch von den Möglichkeiten des normalen Internets und hier sieht man schon Ausbildungskarrieremessen könnten ein Thema sein. Genauso wie virtuelles Onboarding. Auch, was ist hier vielleicht die Grenze, die Frage auch ethischer, gesundheitlicher Natur und so weiter. Super Artikel, kann ich schwer empfehlen. Link natürlich wie immer unter der Beschreibung. Aber um euch ein bisschen mehr Einblick zu geben, was ist einfach dieses Thema Metaverse, dass das wirklich kommt und dass das interessant ist, sich damit zu beschäftigen. Nicht zwingend sofort zu handeln, aber zu wissen, worum es geht. Dass man nicht wieder sagt, Mensch, HR ist hinterher. Das ist spannend. Deshalb zeige ich euch noch was. Nämlich, was sind denn interessante große Projekte gerade aktuell? Hier gehen wir mal auf Decentraland. Das ist ein Game, ein virtuelles Spiel, was momentan schon mehrere hunderttausend Menschen spielen weltweit, wo man tatsächlich eine Entwicklung hat, die nicht absehbar war vor kurzem. Nämlich, dass große Firmen da reingehen, man kauft dort wirklich Gebäude oder virtuelle Objekte. Es gibt dort mittlerweile richtige Stores. Ich zeige euch mal hier was. Samsung hat da ein Flagship-Store eröffnet in Decentraland, in diesem Spiel, in diesem Metaverse. Man kann sich da kostenfrei anmelden. Man kann dann auch über bestimmte Spiele sogar virtuelles Geld dort verdienen. Also hochkomplex unter Umständen. Aber was passiert? Es gehen große Unternehmen rein. JP Morgan als erste Bank eine Fiale im Metaverse eröffnet. Das heißt, die nehmen das ernst. Und das ist so der Punkt, weshalb ich das hier mitgebe. Nochmal, wenn solche Firmen das machen, nicht nur Decentraland, auch andere Metaverse, das ist ein anderer Name, wäre noch The Sandbox zum Beispiel, auch so ein großes Spiel, dann sollte man möglicherweise da doch ein bisschen aufpassen und vielleicht die Ohren spitzen. Und deshalb bereitet euch vor, ich kann nur sagen, das bleibt ein spannender und wichtiger Trend. Es heißt noch nicht, dass man direkt dort jetzt Recruiting anbietet, aber das kann kommen und virtuelle Karriere messen. Hey, für Techies, tech-affine Leute, warum nicht? Das ist durchaus ein Thema. Deshalb sammelt dort Wissen ein, informiert euch und dafür ist dieser Artikel, den ich gerade gezeigt habe, hervorragend. Wir haben allerdings noch mehr Artikel und deshalb steigen wir jetzt wieder ein und gucken gleich, was noch an News vorliegt. Ja, wenn wir mal gucken auf anderen Blogs und Webseiten abseits von so doch noch wahnsinnig weitgefassten Themen wie dem Metaverse, kommen wir mal zurück zu einer etwas nebensnäheren, will ich fast sagen, oder ein bisschen pragmatischeren Anwendung. Nämlich hat der Jo Dirks im Recruitainment-Blog ein neues Recruiting-Paradigma ausgerufen oder diskutiert das, nämlich warum der E-Commerce-Vergleich nur bedingt taugt. Und das ist sehr spannend. Das ist ein Artikel, den ich auch unbedingt empfehle, weil ihr kennt das Thema, was das E-Commerce-Thema angeht, wo man sagt, ja Hürden abbauen, Kunden einfach kaufen lassen, genauso Bewerber einfach zum Job ist grundsätzlich gut. Aber der Jo hat hier auf einen Artikel reagiert, den der Gero Hesse wiederum im Saatcorn-Newsletter, glaube ich, veröffentlicht hat, nämlich sagte, der Paradigmenwechsel, Recruiting früher, ja, vom Arbeitgeber über Employer Branding über Marketing, Recruiting zur Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin, ja, das war so. Und jetzt, wie ist es mit dem krassen Fachkräftemangel, den wir erleben, also Bezug zu unseren Zahlen, Daten, Fakten vom Anfang, ja, jetzt suchen sich die Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin aus, was will ich tun, was will ich dafür haben und wo will ich das machen und lande an meinem Arbeitgeber. Und das ist eine Frage von Matching und das arbeitet der Jo hier sehr schön in diesem Artikel raus, deshalb auch hier, der natürlich unter der Beschreibung, es hat was mit Branding zu tun, sagt er hier, aua, das arme Pferd. Und das Spannende ist, er sagt, es ist kein E-Commerce, weil beim E-Commerce geht es um das Prinzip, jeder Kunde ist im Grunde, mehr ist besser, mehr Verkauf ist besser. Deshalb Kunden, was in den Weg stellen, ist blöd, weil jeder Kunde, soweit er Geld hat, ist ja quasi passend, hat ja quasi den richtigen Fit. Das ist allerdings bei Recruiting gar nicht gegeben. Wenn man auch sagt, wir müssen anders denken, dann passt dieses E-Commerce Gleichnis nur sehr bedingt. Sehr spannender Artikel, unbedingt lesen, ich finde, das ist ein sehr guter Gedanke, der vieles, was ja aktuell passiert, auch nochmal greifbarer macht und im Verbund mit dem, was der Gero Hesse an Vorarbeit gelästet hat, hat der Jo Dirks in diesem Artikel wirklich sehr gut zusammengefasst und geschrieben, was für eine Konsequenz daraus erfolgt, dass man durchaus eben, ja, Hürden weiterhin abbauen, in Ordnung, aber wir müssen auch ein bisschen filtern können und wir müssen die passenden finden, weil die Menschen suchen sich das sowieso aus. Die Fachkräfte werden anspruchsvoller. Deshalb ein unglaublich wertvoller Artikel. Ich schlage vor, ihr lest den am besten gleich. Als letzten Punkt habe ich noch eine News, die ist für den Perso-Blogger und zwar diesmal über den Perso-Blogger selbst und zwar das ist eine Sache, der Perso-Blogger.de hat sich ja über die Jahre zu einer wichtigen Plattform entwickelt. Wir hatten ja auch die Freude in Stefan Scheller, der hinter dem Perso-Blogger steckt, auch jetzt im letzten Video war, da hat er unsere Gastkolumne gesprochen hier bei HR Total und es ist ganz interessant, auch hier ein Punkt, mal so ein bisschen, was passiert eigentlich auf dieser Plattform und dort ist viel angedacht in Richtung Content Marketing, also noch mehr Nutzen für alle möglichen, für Anbieter, aber auch natürlich für entsprechend die Konsumenten und die HRler, die sich hier auf dem Perso-Blogger rund treiben. Deshalb das einfach mal ein Beispiel, es wird ein Anbieterverzeichnis geben, was dort noch mal viel intensiver genutzt werden kann, was auch für die Leser und alle Beteiligten besser werden sollen. Das so ein bisschen auch als kleinen Dank noch mal von unserer Seite an den Stefan Scheller, weil er hat eine ganz tolle Plattform, bietet einen hohen Mehrwert und deshalb hier einfach noch mal der Hinweis, guckt euch das mal an, auch falls ihr HR-Dienstleister seid, das glaube ich ist ganz spannend, wie sich diese wichtige Plattform weiterentwickelt. Ich habe die große Freude, wieder einen Gastkolumnisten dabei zu haben und diesmal hören wir, was unser lieber Blogger-Kollege, was mein lieber Blogger-Kollege, der Markus Reif zu sagen hat. Er ist auch noch Personaler im wahren Leben und deshalb, glaube ich, sollten wir genau horchen, was er diesmal mitgebracht hat. Hey, schönen guten Tag, mein Name ist Markus Reif. Christoph fragte mich, ob ich in der Show die Kolumne sprechen möchte. Das ist eine tolle Gelegenheit, das mache ich sehr, sehr gerne und ich wollte eine Sache erzählen, die im Alltag der deutschen Unternehmen äußerst häufig vorkommt. Es geht um den relevanten Zeitpunkt, eine toxische Beziehung zu beenden. Sehr, sehr viele Führungskräfte haben die Situation, dann kommt eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter und kündigt. Und bei dieser Kündigung fragt natürlich auch der Vorgesetzte, weil er ja neugierig ist und die Information haben möchte, warum gehst du denn, wo gehst du denn hin? Und die Antwort ist sehr oft, ja, ich habe mich entschieden, dort und da hinzugehen, ich verdiene dort mehr Geld, habe ein größeres Team, bekomme ein MacBook oder ein größeres Auto oder was weiß ich. Und genau das ist der Punkt, wo die Führungskraft dann in das Unternehmen zur Personalabteilung geht und sagt, da geht wieder jemand wegen Geld. Und genau das ist die völlig falsche Beurteilung dieser Situation. Oftmals ist es so, dass diese Kollegin und der Kollege eine toxische Beziehung erleben musste. Da werden manchmal Feedbacks in gebrüllter Art vorgetragen, total unflätig. Da fühlt man sich falsch behandelt, man fühlt sich nicht wertgeschätzt, man fühlt sich nicht richtig eingebunden, falsch kommuniziert, am anderen Ende der Kette. Und genau in diesen Situationen ist man an einem Punkt der inneren Kündigung. Und bei dieser inneren Kündigung schreibt man seinen Lebenslauf, reagiert auf eine Anfrage eines Headhunters, man aktualisiert vielleicht sein Profil bei einem der Online-Stellenmärkte und genau das ist der wesentliche Punkt, wo man kündigt. Niemand bekommt einen Arbeitsvertrag zugeschickt seines neuen Arbeitgebers, sondern der erste Schritt ist immer der Zeitpunkt, wo man für sich entscheidet, ich brauche vielleicht einen Tapeten- und Rollenwechsel. Was müssen wir tun? Wir müssen diese beiden Zeitpunkte, nämlich den der inneren Kündigung und den der faktischen Kündigung, die beide müssen wir im Unternehmen ordentlich pflegen. Und deswegen seien wir als Personale unseren Führungskräften an der Seite, helfen wir ihnen, diese beiden Zeitpunkte zu erkennen, weil die sind total wesentlich, denn die Unternehmenskultur wird durch das gerade so noch tolerierte, aber schlechteste Verhalten definiert. Und das ist unsere Aufgabe. Vielen Dank. Ja, im Januar war es in unserer letzten News-Folge, als wir die Winterbox vorgestellt haben. Ihr erinnert euch vielleicht, es gab unter anderem diese schönen Emailletassen mit dem HR-Total-Logo und eine ganze Box mit noch mehr Giveaways drin für euch von uns. Wenn ihr Lust habt, sowas zu bekommen, das läuft immer noch, dann könnt ihr hier unter dem Video bitte einen Kommentar da lassen, egal was ihr schreibt, und euch kurz registrieren, denn wissen wir, wohin die Pakete gesendet werden sollen. Und das haben einige schon genommen und es gab ganz nette Reaktionen. Ich zeige euch mal kurz, was da kam. Hier zum Beispiel, links sehen wir von einer Kollegin von der DISS AG, einem Personaldienstleister, hier, die haben sich total gefreut und man sagt, hätten die gedacht, dass wir unter den wenigen Glücklichen sein würden, habe aber total eine begehrte Winterbox erhalten, ganz genau, ihr wart fleißig, habt das gemacht. Und der Kollege Jo Dirks aus Hamburg von der Cycress hatte auch geschrieben, kleines Care-Paket hier von mir und von stellenanzeigen.de, da ist auch dankenswerterweise nochmal genau abgebildet, was da drin ist. Insofern, ganz prima, wenn ihr das auch haben wollt, hier zeige ich euch schnell, wie ihr da dran kommt. Jetzt sind wir auf der benannten Landingpage, nämlich da könnt ihr euch eintragen, wenn ihr vorher auf YouTube einen kleinen Kommentar hinterlassen habt, reicht auch ein Smiley, irgendwas zum aktuellen Video, dann einfach hierher springen. Den Link hier oben, wo ihr hinkommt, findet ihr natürlich hier unter dem Video. Einfach tragt euch ein YouTube-User-Name, damit man es zuordnen kann, wo schicken wir das Paket hin und dann kriegt ihr die Winterbox einfach absenden und ja, keine Folge mehr verpassen. Da unten findet ihr auch noch alle Folgen. Also, das lohnt sich, das läuft noch, solange der Vorrat reicht, also macht jetzt mit. Ich muss zugeben, ich bin ein Wiederholungstäter. Ja, ich gestehe, mit Professor Wald zusammen und mit stellenanzeigen.de, unserem Kanalsponsor, haben wir seit 2014 mehrere Candidate Experience Studien gemacht und publiziert. Und jetzt ist es wieder soweit, wir haben wieder eine aufgelegt und deshalb muss ich diesmal in diesem Wissensblog darauf hinweisen natürlich. Die neue Candidate Experience Studie 2021-22 ist jetzt da und ihr könnt sie kostenfrei downloaden. Da gucken wir uns mal an, wo ihr da hinkommt und was ihr da machen könnt. Hier sind wir auf der Webseite und ihr seht hier, das ist bei den Kollegen von stellenanzeigen.de unter der Rubrik Vorteile könnt ihr auf Studien hier gehen und da in dem Reiter, da findet ihr dann verschiedene Studien und da ist eben auch diese hier, Candidate Experience Studie 2021-22. Der Link übrigens ist auch hier unten in der Beschreibung vom Video. Natürlich könnt ihr direkt hinklicken. Ja, ihr könnt euch hier registrieren, kostenfreier Download, ganz einfach gemacht und das ist wirklich hochspannendes Material. Ja, ihr Lieben und wo wir gerade so schön beim Thema Studien sind, muss ich unbedingt eine Empfehlung noch mitgeben, nämlich guckt mal her bei der Kollegin Ulla Lauchs. Ulla macht Lauchs Kommunikation, Kommunikation für Arbeitgeber unter anderem und die Ulla macht eine Sache, das ist jetzt ihre Webseite, da kann man sich dann auch über das Thema Kontakt bei ihr registrieren. Warum solltet ihr das machen? Weil die nämlich eine ganz, ganz fantastische Studiensammlung rausgibt. Da gucken wir kurz drauf. Ja, und was macht die Ulla Lauchs? Die gibt einfach quartalsweise einen Studienbericht heraus, sie nennt sie den HR-Studienmonitor und hier seht ihr mal ein Exemplar, was ich gerade zugesendet bekommen habe von ihr. Da werden gebündelt nämlich immer diverse Studien aus den letzten Quartalen gezeigt. Hier Arbeitsmarkt, Bewerber betreffen, Bildung, Sachen betreffen, HR-Management, Recruiting und so weiter und das Schöne ist, sie führt immer ganz nackig aus, das können wir uns einmal angucken, hier ein Beispiel, worum geht es, was waren die Key Facts und ihr habt einen Link, wo ihr dann zur Originalstudie kommt, die meisten sind kostenfrei downzuladen, deshalb ganz klasse Material, ganz klasse Überblick, tragt euch ein bei Lauchs Kommunikation, Link zur Webseite hier unter dem Video, dann habt ihr demnächst auch einen richtig guten Überblick über diverse tolle Studien. Ja Leute, schön, dass ihr dran geblieben seid, HR Total wieder zu Ende, ich mache mir jetzt einen Tee in der tollen HR Total Tasse und zwar in der absolut realen Welt, auch wenn das Metaverse spannend ist, ich glaube, der Tee schmeckt virtuell doch nicht so gut, insofern danke fürs Zuschauen und wir sehen uns bald wieder. Mein Name ist Christopher Thaners und ich habe euch HR Total powered bei stellenanzeigen.de präsentiert, macht's gut. Das ist noch nicht so gut, wie geht es um zuvor. Ich bin